Musik Nienburg in diesem Schullehr mit einer eigenen gymnasialen Oberstufe. 60 Schülerinnen und Schüler haben sich angemeldet, besuchen die Einführungsphase. Und das eben in einem neuen Gebäude und das Ganze auch noch mit einem nahtlosen Übergang. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass man das auch genauso von der Organisation und dem Ablauf hinbekommen hat. Dazu wirklich meinen herzlichen Glückwunsch. Das ist ein ganz tolles Signal, den ich finde. Wir haben es geschafft, eine neue Schule zu bauen und ein Gebäude in zwei Abschnitten. Das ist ein Riesenprojekt und wir haben das zum zweiten Mal im Zeitplan geschafft, im Kostenrahmen geschafft. Und deshalb stehe ich heute sehr zufrieden vor Ihnen allen. Mit diesem schönen grünen Rahmen haben wir sozusagen diese Anlage hinein platziert. Und erst jetzt mit dieser Sekundarstufe 2 schließt sich sozusagen das Konzept. Also es ist deutlich nochmal kein Anbau, sondern es ist sozusagen jetzt vollendet das Konzept, was wir ganz am Anfang gedacht haben und was Sie uns haben bauen lassen. Und dafür ganz herzlichen Dank. Noch einmal für alle Freitage im August die Termine reserviert für eine weitere Einwahlungsfeier. Denn erstens, ich bin absolut davon überzeugt, wir können uns an Veranstaltungen dieser Art wirklich sehr, sehr gut gewöhnen. Das war's. 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 Das war's.